Wir verteidigen. Sascha, kennst du die Dinge? Was mir da noch einfällt, um das im Übungsraum zu erklären, sollten wir vielleicht mal einen ganz kleinen Panzer nehmen und einen ganz großen Yacht-Panzer. Später machen wir erstmal Ansage bitte. Kann man Scout? Einer von den Bulldogs jetzt mal hier einmal scouten. Mach ich. Also machst du. Und die Heavys gehen nach rechts zu 1 erstmal alle. Und der zweite Scout? Der zweite Bulldog kommt da um... äh, der zweite Bulldog kommt da schon zu den anderen. Dann gibt es Rückenleckung. Musst dich mal lauter machen. Nicht zu leise, ne? Ich bin sonst auch immer so leise. Ne. Kann ich nicht sagen. Okay. Kommst gut rüber hier. Ich muss ein bisschen... Wir sollten nur gucken, was aufmachen und dann wieder abhauen, ne? Nix, äh, kein... kann ein... kann man eingehen oder irgendwas. Nur mal gucken, ob die da zu 2 hingehen. Wir gehen jetzt hier mal zu der... Heavy-Ecke da hin. Und der 110er kann mal da links an den Felsen stehen bleiben, um auch auf dem Feld gucken. Weißer, was ich hier links gleich genau. Weiß, wir fahren genau. Fahren hier hinten hin. Ich bin offen. Ich bin offen. Da ist was. So, der Nuse. Der 110er kommt auch mit hierher. Und die Bulldogs von hinten ran. Ich fahr auch von hinten ran, oder? Fahr zurück, fahr zurück, fahr zurück. Dann krieg ich meine Kanone nicht runter. Wir machen Fokusfeuer. Ja, bitte. Fokusfeuer. Die IS-3 auf dem Feld. Der 110er, geh mal nach dem Ding. Schau mal damit auf. Oh, ne. Du bleibst jetzt hier. Wir machen jetzt den vorderen, hier ist 3 hier perfekt. Kanone nicht runter, ne? So, den nächsten. Den... Den los. Den los. Den Simker, hier links neben mir. Alter, wenn ich jetzt mal klar. So, jetzt sind der in der Mitte da. Den los. Vorfahren, alle Vorfahren, egal ob es nicht da wirklich... Bis nach Plan. Ich auch. Genau. Den da hinten, den Lohapier. Nicht den da hier vorne nehmen. Den Lohapier. Ja, ja, der wollte die aber hinten reinfahren. Ich hab's vor grad nicht runtergekriegt. Okay, so. Jetzt den hier rechts. Und hab ich den weggeschoben. ... Irgendwenn wir den IS-3A. nur noch drei geben. Genau, bleibt da in Deckung. Fang dir keinmal einen an. Super. Sehr schön. Heini! Ich hab 2000 Schaden fast. Ich bin sexy. Ich sag, ANG trollt mich in letzter Zeit. Furchtbar. Ich hab ein bisschen die Übersicht der Bulldogs verloren. Kreditpunkte? Irgendwas aufgefallen? Irgendwas gewesen? War's gut? War's super. Warten wir auf, bis wir verlieren.